So Leute, wir sind da. Ich habe zu allen gesagt, dass ich nicht kommen werde. Servus Leute, was geht? Und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, heute hat ein Fan von mir Geburtstag und mich haben einige gefragt, ey yo, Herratsch, kannst du sie überraschen, da hinkommen? Und ich habe jeden abgesagt. Ich habe gesagt, ich schaffe es leider nicht. Normalerweise würde ich es wirklich nicht schaffen, da ich meinen Cousin da nach Hause fahren muss, in der Wundenzelle, da sind zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück. Aber ich habe mir gedacht, ey komm, weißt du was, fährst du mal kurz dahin, bringst ein Geschenk noch vorbei und gratulierst ihr nochmal. Mal gucken, wie sie reagiert. So Leute, wir sind da. Ich habe zu einem gesagt, dass ich nicht kommen werde. Ist alles gut. Der macht dich fertig. Wie süß. Alles gut. Sind die drin? Ja, auf jeden Fall. Leute, sie hören mein Lied. Leute, sie hören mein Lied. Lisa! Servus, Leute! Was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich weiß, es heißt zu einem neuen Video, ich kann kein Deutsch. Na Leute, weg in diesen Satz. Leute, ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken, denn ohne euch wäre das alles nicht möglich, Mann. Einhunderttausend und so einer kurzen Satz. Ich dachte, ich fährst nach dem Satz, ja. Ja, Leute, ich möchte jetzt noch vorbeikommen. Voll gut. Dann willst du mich gerne mal vorbeikommen. Zach, das ist unser Geschenk. Voll schön. Willst du so was sagen? Nein. Ist gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hi. 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 Hallo. 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 Sehr guten Hoodie. Mann, Herr Raj. Hinten steht auch. Digga. Sonst alles gut? Ja, mit dir. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lisa. Happy Birthday to you. Hallo. Alles Gute. Danke. Von der Kleinigkeit. Du erinnerst mich. Oh, wie süß. Mein Wunsch ist ja schon erfüllt gerade. Ja. Ich glaube, ich kann es nicht mehr toppen, ne? Nein. Was sollen wir mal begrüßen? Wunsch. Nee. Ich bin mir, da bist du. Ja, Leute, das war's vom Video. Mehr hab ich nicht aufgenommen. Ich hoffe, du hast dich gefreut, Lisa. Und ja, Leute, und wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, ne, Tino? Ja, Mann. Und Leute, viele fragen mich, wann kommt endlich die Verlosung von den Sneakers? Ja, Leute, ich werde demnächst ein neues Sneaker-Video machen und in dem Sneaker-Video werde ich dann den Gewinner vom anderen Sneaker-Video bekannt geben. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim neuen Video wieder. Macht's gut, haut rein!